1, 2, 1, 2, 3, 4 Hier ist Hamburg Hier ist der Kind Hier ist die Zehnter Und ich nehme euch mit zur Bar Denn ich darf jetzt schon begrüßen An der Bar die beiden Schauspieler Hier rechts von mir, Jens Münchow Ein weiter Sky Dumont Guten Abend, Jens Guten Abend Guten Abend, Sky Guten Abend, die Tag ist so hoch Das ist schön Ja, aber du hältst dich da wacker Ich darf gleich mal fragen Sky, was trinkst du? Ich trinke Wasser Und Jens, was trinkst du? Pelz Und was trinke ich? Ein Cuba Libre Ihr Lieben, Laura und Christian Können wir alle diese wunderbaren Getränke bekommen? Schon um einmal anzustoßen Ein Applaus für Laura und Christian mal Überhaupt für unser Kukun hier Wo wir so gerne sind Wir lieben das Kukun Und unsere Zuschauer Auch herrlich Jetzt kann ich mit euch anstoßen Prost auf einen schönen Abend Schön, dass ihr da seid Prost Prost Ja, gerne Schmeckt? Dann würde ich dich jetzt, Jens, entführen Und zwar an die Ecke der Bar da hinten Geh mal vor Denn da haben wir einen fantastischen Blick auf den Kiez Sky, wir sprechen uns Ich behalte dich im Auge Wir sprechen uns gleich Ich rücke hier durch Schön voll Wunderbar Hallo Leute Schön, dass ihr alle da seid Habt ihr alle was zu trinken hier? Hinten in der Ecke? So Angekommen Jens Du bist uns allen bekannt Aus dem Großstadtrevier Seit vier Jahren bist du der Polizei-Hauptkommissar Paul Denning Hauptmeister Oh Mist Und ich wusste es vorher Was ist der Unterschied? Ich würde sagen, Paul Denning hat nicht studiert Also er ist Streifenpolizist und kein Kommissar Also keine akademische Ausbildung Alles klar Aber trotzdem Typ, coole Sau, oder nicht? Ja, eher jemand, der sich Sisyphos-artig irgendwie abarbeitet An höheren Aufgaben, für die er nicht bestimmt ist Aber niemals aufgibt Das ist schön Wie kam es überhaupt dazu? Seit vier Jahren bist du dabei Ich wurde überrascht Ich wurde zum Casting eingeladen Ich war eher auf der anderen Seite Also ich war immer der Bösewicht Junkie Soziale Randfälle Nischen-Schauspieler Und dann wurde ich eingeladen Für einen sympathischen, netten Polizisten Der auch Familienvater ist Alleinerziehender Vater einer Tochter Und so Ich dachte, das passt gar nicht Aber ich komme gerne Und ja Und irgendwie hat es geklappt Spielte die Rolle, dass die Uniform jetzt so schön ist? Erinnerst du dich, vor zehn Jahren waren die Uniformen so hässlich? Aber das sieht ja richtig cool aus Ich fand früher die Uniform auch richtig schick Ich mag so einen Kackbraun und so einen Grün Also ich stehe eher so auf sowas Aber die sehen ja schick aus Und das war natürlich auch ein Kriterium Ich glaube ich, wurden viele Schauspieler danach ausgewählt Ob sie auch was hermachen in der Uniform Da hatte ich auch die meisten Bedenken so Dass das irgendwie klappt Aber dann kannst du ja was einbilden, ne? Ja, vielleicht, jetzt schon, ja Wenn du hier rausguckst Wir schauen auf die Dächer des Kiezes Und zum Teil auf die Reeperbahn Würdest du jetzt sagen, du kennst hier wirklich jede Ecke? Nein Gehst du privat hier aus? Zwischen den Drehs? Ja, ich war hier schon mal aus So am Hamburger Berg Im Bereich so mit ein paar Kumpels Und so Parzelle Ein richtig harter Laden Ich war hier auch schon mal in so einer Diskothek oder so Aber eine ruhige Kneipe ist mir eigentlich lieber Oder her bei uns Sag mal Jens Achteinhalb Monate dreht ihr im Jahr Und du hast deine Familie Frau und zwei Kinder Tochter, Sohn in Berlin Wie packt man das? Von Montag bis Freitag Dreh Das ist ja eher eine Wochenend-Familienbeziehung Ja, vielleicht ist meine Frau auch ganz froh Dass ich dann mal weg bin oder so Kann ja auch sein Aber ich habe ja auch zwischendurch frei Also ich drehe nicht wirklich jede Woche Von Montag bis Freitag Ich habe auch mal ein längeres Wochenende Und ich habe auch zwischendurch mal frei Von daher ist das ganz gut Und die Verbindung Hamburg-Berlin Das sind zwei Stunden Manche brauchen das irgendwie Von einem Stadtteil zum anderen zu kommen Die hier mit Auto fahren Von daher geht das Wir springen mal zu deiner Kindheit Du bist nämlich das jüngste von sieben Geschwistern Du hast also sechs ältere Schwestern und Brüder Ich glaube, es kann sich kaum einer vorstellen Sag einfach mal, wie war das? Dein Vater starb nämlich, als du drei warst Und deine Mutter hat euch in Flensburg alleine großgezogen Sieben Kinder Wie stellen wir uns das vor? Ja, also ich kenne es ja nicht anders Ganz normal Aber für meine Mutter war das natürlich sehr hart Irgendwie, als mein Vater starb Noch vier Kinder alleine großzuziehen Und wir hatten auch dann immer Freunde mit dabei Bei Weihnachten oder so Wir hatten immer ein volles Haus Und für mich war das eigentlich sehr schön Auch wenn das sicherlich schwierig war Irgendwie Also wir mussten früh Verantwortung übernehmen Irgendwie auch ein bisschen Geld abgeben Irgendwie so, um irgendwie durchzukommen Aber ich habe das als Kind nicht als schlimm empfunden Sondern als Bereicherung mit so vielen Geschwistern aufzuwachsen Obwohl es da auch natürlich Reibereien gab Oder so, das ist ganz normal Hat man denn Lieblingsgeschwister? Hast du Lieblingsgeschwister? Dass du ein paar mehr magst als die anderen? Ja, natürlich die nächst älteren Oder so, die mich mitnehmen mussten Oder auf mich aufpassen mussten Also als ich acht war und die waren 15 Durfte ich dann auch beim Flaschendrehen Irgendwie dabei sitzen Irgendwie so Das mussten die einfach Weil die auf mich aufpassen mussten Irgendwie so Und das fand ich natürlich sehr interessant Meinst du, du warst eher der süße Kleine Oder das total nervige Nesthäkchen? Wie siehst du dich rückblickend? Also ich war natürlich der süße Kleine In den Augen der Geschwister War ich natürlich der nervige, der nicht weggehen wollte Ist klar Vermutlich, wenn du jetzt der kleinste warst Von auch bedeutend älteren Geschwistern Kennst du das Klamotten aufbrauchen oder ähnliches Wenn ihr sieben wart? Ja, leider Ich musste also zum Beispiel die Jeans Von meinen älteren Brüdern Mein nächst älterer Bruder ist sieben Jahre älter Und der ist in den 70er Jahren groß geworden Da gab es noch diese Trompeten-Jeans Ich bin in den 80ern groß geworden Und da konnte es nicht eng genug an den Fußfesseln sein Und als meine Mutter sagte Die Jeans ist doch noch gut Die ziehst du an War das natürlich sehr peinlich Dass ich als einziger in der Schule Auf so einem Schickimicki-Gymnasium Mit so einer Trompeten-Jeans rumlief Aber da musste ich durch Genauso mit Turnschuhen Dann gab es War dann so Ich glaube Ivan Lendl war ein Tennisstar Und der hatte so eine Schuhe Hat die da Schuhe rausgebracht und so Und die wollte ich dann natürlich auch haben Und dann gab es die auch im billigen Supermarkt Mit zwei Streifen Und dann sagte meine Mutter Ja, die sind doch genauso gut Ja, aber das sind nicht die gleichen Ja, ist doch egal Ist dann Streifen weniger Jetzt macht ihr ja nichts in Zemt oder so Naja, das war schon hart Das sind so die Schattenseiten Das kennen wahrscheinlich auch Leute Die nur mit einer Schwester Wie ich zum Beispiel Oder einem Geschwister aufgewachsen sind Wie ist heute so ein Familientreffen? Kann man sich alle Namen merken? Wenn jetzt schon Enkel Und wahrscheinlich auch Urenkel Deiner Mutter dazukommen? Ja, meine Mutter begrüßt mich dann Ah, Horst Ach, Lauren Frank Jens Ja, natürlich, klar So, ähm Gut, meine Mutter ist jetzt auch schon Ein bisschen älter Wo ich dann nicht genau weiß Aber, ähm Ne, das ist ganz normal Also ich verwechsel das manchmal auch Und, ähm Das Gute ist, dass in so einer großen Familie Wenn dann was Neues passiert Neue Beziehungen oder so Das wird dann sozusagen Im Familienkreis diskutiert Und da müssen die dann durch Das macht ihr aber live Und nicht auf Facebook Dass ihr sagt Familiengruppe Und der ist jetzt getrennt Oder die neu zusammen Ne, das twitter ich natürlich sofort raus Aber, ne, ne Das wird natürlich Das bleibt im Wohnzimmer Du bist unser nördlichstes Nordlicht Das wir je in der Sendung haben Also du bist nicht nur in Flensburg aufgewachsen Du hast uns gesagt Hamburg war für dich Süddeutschland Das fand ich sehr lustig Sondern du hast auch in Dänemark Schauspiel studiert Das muss ich jetzt ablesen Und zwar an der Nordisk Theaterskohle in Aarhus Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, auf Deutsch jetzt schon Nordisk Theaterskohle in Aarhus Also die sprechen da schon ein bisschen anders aus Aber klang nicht so schlecht Das klang eigentlich Wie die Deutschen Dänisch sprechen Die da herkommen Also aus dieser Region war das schon Eigentlich wunderbar Das waren jetzt mehrere Sachen Dann auf einmal Du beginnst eine neue Ausbildung Und musst eine neue Sprache lernen Wie kommt man dazu Jetzt in Dänemark Theater zu studieren? Das war ein Versehen Ich habe so einen Workshop mitgemacht Also ich wollte mich auch in Deutschland bewerben Und da war ein Lehrer Der auf dieser Schauspielschule unterrichtet hat Das hat mir sehr gut gefallen So ein Sommer Workshop Und dann dachte ich Ja, ich fahre da mal hin Und dann war auch der erste Deutsche Der sich dort beworben hat Die haben mich auch komisch angeguckt 1992 war das Wo Dänemark Deutschland auch besiegt hatte Bei der Europameisterschaft Ich weiß nicht Einige werden sich vielleicht erinnern Und das war auch eine Frage am Ende Der Aufnahmeprüfung Irgendwie Ob ich das aushalten würde Dort auf dieser Schule Irgendwie Unterricht zu bekommen Wo jetzt die Dänen sehr stolz sind Dass sie die Deutschen geschlagen hätten Wirklich jetzt? Ja Aber ich wurde da mit Vorbehalt aufgenommen Ich konnte ja nicht so richtig Dänisch Und dann musste ich nach einem Jahr Noch mal vorsprechen Ob ich dann dem Unterricht folgen könnte Und was hast du gesagt auf Dänisch? Hi, daos Ja, Jens fra Flensburg Und ja Ich habe Lust Und studiere hier in Aarhus Po Nordisk Theaterskule Ich könnte mir die Hälfte vorstellen Oh ja, Applaus Das klingt zauberhaft Jetzt hast du da ja relativ Ja, recht junge Jahre verbracht In Dänemark Wie sind denn die Frauen in Dänemark? Die waren sehr selbstbewusst Stark irgendwie so Und man ist da so ins Gespräch gekommen Wenn man irgendwie nicht so wie die Skandinavier Die ich jetzt alle über einen Kamm schere Irgendwie an der Theke hängen Und Lust haben sich zu betrinken Sondern wenn man noch irgendwie gerade stehen konnte Und sich ein bisschen unterhalten konnte Dann hatte man ganz gute Chancen Überhaupt ins Gespräch zu kommen und so Und die waren Oder Dänemark an sich Irgendwie waren sehr fortschrittlich Sehr selbstbewusst Kulturell interessiert Ein sehr offenes Volk Oder so Ich habe das sehr genossen Als junger Mensch Und hast dich hoffentlich Stehend qualifiziert In der Bar Für Frauengespräche Aber es klingt Würdest du sagen Selbstbewusster als deutsche Frauen? Ich weiß nicht Also Es wird auch hier Sehr selbstbewusste Frauen geben Oder so Aber da war zum Beispiel Emanzipiert sein Und sich auch noch als Frau kleiden Irgendwie so Ganz normal Und die Frauen haben das Eigentlich Wie es überall so ist Entschieden Ob sie mit einem mitgehen Oder ob sie sich mit einem unterhalten wollen Die hatten das fest in der Hand Ich glaube das ist hier auch so Bloß hier ist das so ein bisschen Vielleicht verklemmter Als so wie ich das damals wahrgenommen habe Aber das kann sich auch geändert haben Wahrscheinlich ist das genauso hier Wenn wir das mal alles zusammenwürfeln Wenn du sagst Trotzdem starke Frauen in Dänemark Und eine Mutter Die euch alleine großgezogen hat Und ältere Schwestern Würdest du sagen Das hat dein Frauenbild geprägt Oder sogar deine Beziehung zu Frauen? Absolut Also meine Mutter Die alleine sieben Kinder großgezogen hat Und dann noch nebenbei gearbeitet hat Und das prägt wahnsinnig Irgendwie so Und Mund abwischen Und pragmatisch denken Weitermachen Und wenn das Sag ich mal Wenn ein Mann sagt Ich muss arbeiten Und noch die Kinder erziehen Und noch auf dem Spielplatz Oder so Ich meine Wenn das eine Frau sagen würde Dann würden alle Verdrehen die Augen Und die Männer leiden da sehr gerne Oder so Deswegen Hat mich das sehr stark geprägt Irgendwie Dass die Für meine Mutter Das selbstverständlich war Irgendwie so Es gab Eine Zeit natürlich auch Vorm Großstadtrevier Und es gibt eine Zeit Neben dem Großstadtrevier Du hast schon gespielt In Tatort Alles Atze Hochgelobt Als Dorfrocker Rakete Am Tag Als Bobby Ewing starb Soko Hochzeitspolker Ganz viel Du warst so eine Weile Du hast es eingangs auch gesagt So ein bisschen Auf den jungen Rebell Festgelegt Kannst du dir erklären Wie man einfach In Schubladen gerät Wie du konkret In Schubladen geraten bist Ja Das kann ich mir schon erklären Weil so funktioniert es Also Film Fernsehen ist ein visuelles Medium Und da wird man A Nach dem gecastet Was man eh schon gemacht hat Und In meinem Fall Ich habe immer Kanntes Äußeres Und dann dachte man Okay der hat geboxt Oder was weiß ich Dann spielt man halt Eher Leute von der Straße Oder so So ist das gewesen Und wenn man sich da profiliert hat Dann bleibt das auch erst mal so Und dann So unerwartet War das dann Mit dem Großstadtrevier Also damit hätte ich auch nie gerechnet Dass das so durchgeht Irgendwie so Weil das So funktioniert das So hat das schon immer funktioniert Und ich glaube Das wird sich auch nicht ändern Gott sei Dank Bist du beim Großstadtrevier gelandet Du bist dann natürlich auch ein Aushängeschild Des Großstadtreviers Und da macht auch nicht unbedingt die Presse vor Hast du irgendwelche wilden Erfahrungen Mal mit der Presse gemacht Wie behandelt die sich so Ja ich also Eher lustig Als wir im Flensburg einen Kinofilm gedreht haben Irgendwie Da wurden wir so Ich habe mit Dominik Horwitz gedreht Und dann war die Überschrift Stars mit abstehenden Ohren Und Boxernase Das war natürlich sehr charmant Mein Name war dann Sven Münchow Anstatt Jens Münchow Jens und Sven wird oft verwechselt Und der Film hieß Die blaue Grenze Das war das blaue Band Und ich hatte dann erzählt Dass ich auch parallel mit Dieter Pfaff Irgendwie der Dicke gedreht habe Und da habe ich einen cholerischen Ehemann gespielt Der seine Frau schlägt Aus Eifersucht Und nach einem zweistündigen Interview Wurde ich nach dem Schauspielermotto gefragt Dann sagte ich Ja als Schauspieler ist es toll All die Dinge zu tun Die man sich im wahren Leben Nicht zu trauen wagt Und das war natürlich klar Dass das verdichtet wurde In der Presse Er spielt gerade den cholerischen Ehemann Der seine Frau schlägt Sein Schauspielermotto All die Dinge zu tun Die er sich im wahren Leben Nicht zu trauen wagt Das war natürlich wirklich eine Ansage Aber ich habe es mit Humor genommen Irgendwie so Ich schäme mich für meine Journalisten-Kollegen Das ist sehr hübsch Was jetzt Da wir noch bei den Rebellen waren Kaum einer weiß Oder vermutet ist Dass du auch ausgebildeter Tänzer bist Und richtig gut tanzen kannst Wie stellen wir uns das vor? Jens Münchow An der Ballettstange Oder ich weiß nicht Nicht Tütü Aber Ich hatte auch eine Tanzausbildung An dieser besagten Schauspielschule Dass ich ein guter Tänzer sei Das hast du jetzt behauptet Das ist natürlich eine große Fallhöhe Ich weiß jetzt nicht Was auf mich zukommt Aber wir hatten also Viele Aufführungen Irgendwie so im 20er Jahre Look Im Badeanzug Wo wir so abstrakte geometrische Formen Durch den Raum tanzen mussten So Cunningham-mäßig Und neben mir so sehr So Sky Dumont Grazil Groß Mit langen Gliedmaßen Und ich mit meinen Dackelbeinen Irgendwie Der dann auch in diesem Badeanzug Versucht hat Grazil zu wirken Ich war dann aber eher der lustige Part Obwohl ich mich Umso mehr ich mich bemüht habe Umso lustiger wurde es Jetzt erzähl mir bitte zum Abschluss noch Wie du überhaupt Schauspieler geworden Oder warum bist du überhaupt Schauspieler geworden Was hat dich gereizt Wie bist du dazu gekommen Also ich bin so als Fernsehkind groß geworden Also mit vielen Serien Und alles mögliche Ich wurde auch sozusagen Weil meine Mutter auch arbeiten musste Und so geparkt Würde man heute sagen Vom Fernseher Heute sind die ja vielleicht vom Internet Aber ich habe also viel geguckt Und konnte viele Sachen nachmachen Und ich war mit einem Mädchen verliebt So die klassische Geschichte Aber so war es Und wollte sie kennenlernen Und ich wusste, dass sie in der Theater AG ist Und da ich zu schüchtern war Sie anzusprechen Dachte ich, wäre das eine gute Möglichkeit Dass sie so auf mich aufmerksam wird Irgendwie so Und dann bin ich auch in die Theater AG eingetreten Und es hat zwar nicht mit dem Mädchen geklappt Aber zumindest mit dem Theater Wir danke an das Mädchen Bei der Gelegenheit Und schön Es war also der Flirtfaktor Und darüber sprechen wir später auch noch in der Sendung Aber jetzt sagen Jens und ich erstmal Tschüss bis in Kürze Wir geben ab zur Bühne Dazu gibt es das Horse with the Name Orchestra Viel Spaß Seine Bands hießen und heißen Blackfire Matsch Boss Barnes Zinnober Tempo Und natürlich Selig Das alles Und noch viel mehr Mit Rio Reiser Songs Ist er auch seit über 10 Jahren unterwegs Herzlich Willkommen bei Talk.com Jan Plevka Wir müssen das nochmal auseinanderdröseln Du hast mit 9 Jahren deine erste Band gegründet Da gehen andere Fußball spielen Oder irgendwie Matchbox Autos spielen Und die hast du Blackfire genannt Hast du mit 9 Jahren gewusst was das heißt Und habt ihr eigene Musikstücke geschrieben Und hattest du ein Instrument Drei Fragen auf einmal Also ich hatte eine große Liebe Die wurde nicht erwidert Mit 9 Mit 9 ja Und ich habe ihr Liebesbriefe geschrieben Gedichte Sie hat diese Briefe ungeöffnet zurückgegeben Ich dachte gar nicht Dass das so ein trauriges Thema wird Ja aber es wird besser Weil ich dachte Okay Wenn sie diese Briefe nicht liest Dann gründe ich eine Band Und singe diese Gedichte Und es gab ein Schulfest Und wir haben uns Bei meinem Vater im Keller Haben wir uns Gitarren gesägt Und aus Pappmaschee Und Persiltrommeln Als Schlagzeug Und so Haben die Tische zusammengeschoben In einer kleinen Pausehalle Großen Pausenhalle Und standen da Und hatten unseren Auftritt Ich habe diese Liebesgedichte gesungen Wir haben performt Wie die Wahnsinnigen Die ganze Schule war da Alle sind ausgeflippt Haben geschrien Gekreisch Geklatscht Und ich dachte Das will ich mein Leben lang machen Hat es mit dem Mädel geklappt dann? Nee, nein Natürlich nicht Nee Das war auch egal dann Ja und du bist relativ schnell dann auch gelandet Also du hast ja schon auch mit neuen Synchronsprechen gemacht Im Studio Hamburg Ja weil Der Unser Bassist Also der Am Sperrholz-Bass Der Sein Vater war Synchronregisseur Oder Und Der Wir brauchten jetzt Geld Für elektrische Gitarren Und so Und meinte Ah Guck mal Wenn wir als Kinder Synchron sprechen Und so Auch so Werbung Und so Da gibt es dann halt Zaster Und der hat uns dann da Die Jobs beschafft Und dann haben wir Ja so Kleine Bälle gesprochen Oder auch so Kinderserien und so Und hatten dann Geld Und konnten uns Richtige Instrumente kaufen Und haben dann mit zwölf Standen wir dann auf der Bühne Als richtige Band Mit Mit Verstärkern War das dann die Zeit Wo ihr euch Matsch genannt habt? Genau das war Matsch Mit Mit Schauspielkollege Mare Kahlo Genau Genau Das war der Der war nicht auf deiner Schule Genau Genau Das war Auch eine musikalische Familie Bruder Fabian war schon hier bei uns Genau Hat gesungen in der dritten Folge Genau 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 Fabian und ich hatten immer so Ach Mensch der hat schon eine E-Gitarre Gebettelt Ja genau Also gekämpft Falls die Leute die Englisch können Das kann ich sagen Genau Sesamstraße Ist auch so ein Thema Die sitzen ja auch bei Studio Hamburg Und da bist du aufgetreten Genau Mit zwölf? Genau Da hat Jan Harloff Der Vater von Fabian und Marek Hat meinte zu mir Mensch du schreibst ja so schöne Liebesgedichte Und willst du nicht auch mal ein Drehbuch schreiben Und ich so ja gerne Und er meinte ja wir haben da so eine So eine So eine Serie Nicht Serie So eine Folge mit Wo Kinder So ein Sport Club irgendwie Carlo von Tiedemann War der Trainer Und dann habe ich dafür so eine Folge geschrieben Ach auch noch geschrieben? Ja ich habe die geschrieben Und dann Und das ging Schnecke hieß der Der war immer zu langsam Und die anderen wollten ihn nicht im Club haben Und dann hat er geübt heimlich Und dann hatten sie ein großes Rennen Und dann stand Schnecke im Publikum Und dann sagten sie Schnecke du musst laufen Und plötzlich konnte er laufen Wie ein Und das war die Geschichte Und dann hat Jan Harloff gesagt Mensch Willst du das nicht auch noch spielen? Entschuldigung Alles richtig gemacht Ja genau Carlo von Tiedemann Da habe ich noch Mein einziges Autogramm in meinem Leben Das ist von Carlo von Tiedemann Wirklich Ich war so Und ich war Shaken Stevens Fan zu der Zeit Oh Gott Und Carlo von Tiedemann This old house Der kannte Shaky Oh Shaky Ich habe alles Und da hat mich immer Shaky genannt Carlo hat mich immer Shaky genannt Ja Shaky ist natürlich geil Ich habe alle Singles von dem Also Singles ist das grunde Zeug mit dem Loch drin Falls ihr das wieder nicht Mein Elvis war das Oh Shaky Scott Wenn man dann in die Schule kommt Und alle anderen Dümpeln im Fußballverein rum Und selber ist man aber Fernsehstar in der Sesamstraße Ist schon geil oder? Ja wir waren Weltstars Also das hat sich Also bei uns in der Schule Das war toll Das war echt gut Und wir Ach Mensch Wir sind auf die Bühne mit Matsch Es gab Battle of the Bands Schlagzeuger zählt an Und wir geben die Show Irgendwie so Und dann hatten wir Das habe ich nie vergessen Wollt ihr Verlängerung? Und das Publikum Nein Wollt ihr Elfmeter schießen? Nein Was wollt ihr dann? Und alle Und dann hatten wir Mauerns in der Tasche Und haben die so ins Publikum geschmissen Und wir waren Helden Und wir dachten natürlich Wir sind so Wir sind so wahnsinnig Die kreischen alle Weil unsere Musik so geil ist Dabei waren wir einfach nur niedlich Wir machen mal einen großen Sprung Apropos niedlich Was ich jetzt nicht so rausgefunden habe war Deswegen frage ich dich jetzt mal ganz konkret Wer war eigentlich zuerst da? Das wunderschöne schwedische Au-pair-Mädchen Das du später dann geheiratet hast Namens Anna Oder die Jungs mit denen du die Band Selig gegründet hast Weil das so ungefähr zeitlich ja schon Anfang der 90er zusammenliegt, oder? Ohne Anna würde es Selig gar nicht geben Ach, warum? Ja, ja, nee, weil Anna war mit einem guten Freund Mit Fabian zusammen Aber nicht im Haarlauf Doch, doch Oh, nein! Ja, ja Und dann Und dann Ja, ja, das ist alles sehr lange her Und Fabian hat sich dann für andere Mädchen interessiert Und dann hat sich Anna an meiner Schulter ausgeweint Und das war die Nacht Wo wir dann Gemeinsam durch den Schnee nach Barmeggen In meine Wohnung gegangen sind Und seitdem sind wir zusammen Ja Und wegen ihr gibt es Selig? Weil du dann Ja, meine andere Band hatte sich damals aufgelöst Wir hatten immer den großen Traum Boss Barnes Ich weiß nicht, ob du dir auch Ja, ja, habe ich auch erwähnt Genau Boss Barnes Wir hatten, wir wollten immer die Barmsburg Wir wollten immer die bitte so zusammenwohnen Und Studio und Bauernhof Und der ganze so dieser Traum Und dann kam ein Produzent zu uns im Proberaum Und meinte irgendwie Ich will eine Platte mit euch machen Und die anderen plötzlich meinten Ja, nee, ich will lieber weiter Schauspieler werden Nö, ich mache mein Kunststudium Ich mache dies und das Und ich war dann der Einzige, der da stand und sagte Was ist mit dem Traum? Und da war ich ja sehr traurig Da riss es mir den Boden Und Anna meinte zu mir Mensch, Janni, da war doch dieser Produzent Geh doch zu ihm hin Und bin ich zu ihm hingegangen Und habe gesagt Irgendwie, ich habe eine Vision Das ist sowas wie die Black Crowes auf Deutsch Ich trau mir das zu Er so, ja super Dann brauchen wir noch einen Gitarristen Und ich so, ja gut Und da haben mich umgehört Wer ist denn der geilste Gitarrist? Da kam Christian Neander Und so hat sich die Band geformt Und genau Anna hat zu mir gesagt Mach das Lebe deinen Traum Das musst du schaffen Und genau Auf sie habe ich gehört Und sonst hat es selig gar nicht gegeben Und den habt ihr wirklich geträumt Ihr hattet ja mit selig hier Blender von 94 bis 97 Richtig Erfolg Dann kam auch noch der Soundtrack Von Knockin' on Heaven Und dann plötzlich 97 Passierte auch noch was Schönes zusammen Du hast dein erstes Kind bekommen Von vieren Ja genau Also nicht du, sondern deine Frau natürlich Aber du warst, habe ich gehört, beteiligt Und der jüngste Sohn ist jetzt drei Der kleine Prinz nennst du ihn Die älteste Tochter ist 19 Ja Und ihr seid am Höhepunkt der Selig-Karriere Bist du nach Schweden abgehauen Was ist passiert? Achso, genau Ja, das waren vier Jahre selig, selig, selig Wir waren 28 Stunden am Tag selig Es gab nichts Also es gab keine Familie Keine Verwandten mehr Es gab nur noch selig, selig, selig Und das war ein ganz schöner Rausch Also wir haben eigentlich all das gemacht Was im Handbuch des Rock'n'Roll steht Und waren echt, ja, war eine Macht geworden Letzte Platte haben wir in New York aufgenommen Im Ride-Track-Studio David Bowie ist raus und wir sind rein Geil Also nur so Und das war ja auch vom Proberaum bis dorthin nach New York in den Big Apple Waren es vier Jahre Ich meine, das war eine Zeit, dass wir nicht an Reizüberflutung gestorben sind Das ist ein Irre Und überall wo man hinkam, Leute, die Fans, die vor der Wohnung gewohnt haben Und Mädchen, die einem die Tagebücher geschenkt haben Also das, wovon man eigentlich geträumt hat, ist in Erfüllung gegangen und war so tragisch Aber da bist du ja weg Ja, weil ich war auch fertig, ich war abhängig und alles irgendwie, es war alles schrecklich Und Anna hat mich dann, ah, wieder Anna Hat mich ins Auto gesetzt und meint Bevor du mir stirbst, Junge Fahren wir in eine kleine Holzhütte nach Schweden zu meinem Onkel Und sagen niemandem Bescheid, wo du bist Und da habe ich dann so die Dämonen ausschwitzen können mit ihr Also dann kann man wirklich sagen, so ein bisschen Entzug Ja, ja, genau Das hat ein Jahr gedauert, ein Jahr Wow Ein ganzes Jahr, genau Ja, 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 genau Das ist Anna und immer noch, ne Die Anna Ja, dank Fabian Dank Fabian Es ist der Kleider Über Anna sprechen wir sowieso noch gleich, denn sie ist ja ein Großteil deines Lebens Und apropos selig, selig, selig Ich habe heute, weil wir gerade immer so viel von selig gesprochen haben Heute für meine Kollegin Astrid Ja Habe ich heute den Himmel auf die Erde geholt, meine sehr verehrten Damen und Herren Denken Sie darüber mal nach Mega, mega Überleitung Peter, vielen herzlichen Dank Ich sage nochmal, schön, dass du da bist, Sky Dumont Schön, dass du auch da bist Ich freue mich auch Backstage hast du mir eben gesagt, nee, ich schmeiße jetzt mal kurz meinen Sakko über Ich muss ja meinen Ruf verteidigen Das ist so, ne? Mein Image, würde ich sagen Mein Ruf ist, glaube ich, noch schlechter Das ist natürlich scheiße, ich habe keine 32 Geschwister, ich habe nicht mit neun schon Gedichtige Was soll ich erzählen? Ich habe ein paar Punkte, die ich absprechen würde Du bist gerade auf Lesereise Und zwar hast du ja schon einige Bücher geschrieben Das neueste ist dieses Jahr veröffentlicht worden Und ich finde den Titel ganz wunderbar Stehe ich jetzt unter Denkmalschutz Untertitel Älter werden ist nichts für Spaßbremsen Das klingt doch schon mal lustig Wer ist auf diesen Titel gekommen? Naja, ich muss dazu sagen Ich war mit meiner Frau bei einer Show Beim Jauch Das hieß typisch Mann, typisch Frau War sehr lustig Alle Klischees wurden bedient Und wir sind nach Hause gefahren Und ein Verlag rief an und hat gesagt Sie haben ins Zimmer Krimis geschrieben Schreiben Sie doch mal was Lustiges Sag ich, ja, gerne Schreiben Sie doch ein Buch mit Ihrer Frau Da habe ich gesagt, ja, muss ich Sie fragen Da habe ich gesagt, wir sollen ein Buch schreiben Und sie sagt, nee, ich denke nicht dran Ich habe gesagt, du, die Zahlen Achso, wie machen wir denn das? Und dann haben wir uns hingesetzt, haben überlegt Und dann habe ich gesagt, weißt du was, du gehst in dein Zimmer Und schreibst einfach mal auf, wie wir uns kennengelernt haben Und ich schreibe in meinem Zimmer auf, wie wir uns kennengelernt haben Dann lesen wir uns das vor Was soll ich sagen Die hat jemand von euch anders kennengelernt Aber es war super lustig Und dann wurde das das erste Buch Und dann rief der Verlag an und hat gesagt Das war super, bitte die Fortsetzung Sag ich, was ist die Fortsetzung? Ja, jetzt kommen die Kinder und die Probleme Und die Tochter pubertiert und so weiter Ja, das ist das wahre Leben Und das war Full House Und dann riefen die wieder und haben gesagt Jetzt schreiben Sie doch noch eins Da habe ich gesagt, wie, aus der Grube oder was? Nee, aber so Naja, und dann entstand dieses Buch halt Über das Alter Aber auf eine lustige Art und Weise Aber trotzdem so ein bisschen Ratgeber Und eben mit Humor, würde ich sagen Oder zumindest Anekdoten erzählen Sowohl von dir als auch von Bekannten Wahre Geschichten Stehen da ja drin Und Nein, das ist nicht wahr Aber das steht in der Einleitung Nein Ich habe das alles für wahre Münze genommen Ja, das ist ja das Tolle Das sollen wir doch, oder? Bühne, was? Nein, nein, nein Aber ich stelle bei keine Frage nach dem Negativen Sondern was sind denn die Vorteile des Alters? Vielen, vielen Dank Das waren die Vorteile des Alters Hier live im TalkDot Vielleicht eine andere Frage Ist es Zeit, Zwischenbilanz zu ziehen? Jetzt erst? Ja, ehrlich gesagt ja Jetzt überlege ich mir schon In welches Altersheim ich gehe Nein, nein Nein, man wird ja nicht über Nacht älter Es sind eigentlich eher die Zahlen, die stören Nicht? Also wenn du dann plötzlich 60 wirst Fühlst du dich ja eigentlich Ich meine, hallo Ich kann immer noch wie 40 sein Fünf Minuten am Tag Es sind die Zahlen, die eigentlich eher erschüttern Nicht das Feeling Ich habe junge Kinder Und insofern, solange ich noch mit meinem Sohn Fußball spielen kann Und die ihn manchmal besiege Ab und zu Auf der Playstation natürlich Ist alles gut Würdest du sagen Wenn du dich vielleicht vergleichst mit Freunden Die nicht minderjährige Kinder haben Halten die definitiv jung? Ich kenne keine Leute, die keine minderjährigen Kinder haben Alles klar Und du hast aber auch mal gesagt Kinder müsste man gleichsetzen mit Katastrophen Was ist wichtiger? Zu sagen, die halten jung Oder Kinder sind auch Katastrophen? Na, Kinder halten schon jung, klar Weil sie ja immer sagen Hä? Wie siehst du den Scheiße aus? Willst du mit der Hose mit mir in die Stadt gehen? Oder Wie? Mach du mal einen anderen Sender rein Das ist ja ein Oldie-Sender Also das ist schon ganz gut Weil du misst dich natürlich in eine Richtung Die sehr gefährlich ist Weil wenn du dann plötzlich anfängst Zu jung zu machen Dann ist es noch peinlicher Aber du hast auch gesagt Mit Humor ist auf jeden Fall ganz wichtig Das kennen wir ja schon aus deinen Werbungen Immer Kognak schwenken Schwenkend am Lager Nicht am Lagerfeuer Aber zumindest am Kamin Was hast du gesehen? Unter anderem edle Tropfen Nee, Kognak Aber schwenk Nee, also Ach egal Du machst mich nervös Sky So, ich fang nochmal von vorne an Pass auf Spaß Ich möchte was anderes Pass auf Also ich bin auch knapp nicht mehr 25 Und du hast ja gesagt Ja, Seniorenheim und so weiter Und ich hab gehört Du wärst für ein Seniorenheim auf dem Kiez Auf dem Kiez Das fände ich eigentlich auch ganz lustig Also Bekannte von mir haben schon mal Probe gegessen In einem Seniorenheim Und man muss sich ja irgendwie jetzt schon anmelden Wie sähe das aus? Also fändest du es einfach klasse Hier das Nachtleben zu haben Oder ein bisschen Action? Nein, mein Schwiegervater und ich Mein Schwiegervater ist einer meiner besten Freunde Ist ja auch ein bisschen jünger als ich Ha, ha, ha Und wir haben gesagt Wir gehen dann gemeinsam in ein Altersheim Und zwar hier am Kiez Und dann Table Dance Morgens um elf Weil ab zwölf ist man ja schon müde Und abends pennt man vorm Fernseher ein Insofern muss das stattfinden So Table Dance und an der Stange Ich war neulich gerade wieder bei Susis Im Zuschauerraum Na ja Im Zuschauerraum Hätte ich jetzt auch gesagt Wir springen aber Ich möchte auch mit dir zurückspringen In deine Kindheit Und zwar gehörst du ja Also bist Mitglied der Verlegerfamilie Dumont Deine Vorfahren sind aus Deutschland Geflüchtet während der Nazi-Zeit Du hast einen deutschen Vater Und eine britische Mutter Und bist in Buenos Aires geboren Hast du einen Bezug zu dem Land Argentinien? Bist du überhaupt mal wieder da gewesen? Außer dass ich kein Spanisch kann Habe ich eigentlich keinen Bezug Außer dass du kein Spanisch kannst Eben Nein, nein Meine Eltern sind während des Krieges geflohen Sind nach Argentinien gegangen Dort wollten sie mich eigentlich Kai nennen Das ging nicht Man musste lateinischen Namen geben Dann haben sie mich in ihrer Verzweiflung Kaietano genannt Weil das kann man abkürzen auf Kai Und als sie mich nach Hause brachte Meine Mutter als Baby Aus dem Krankenhaus Hat mein damals vierjähriger Bruder gesagt Who's that? Meine Mutter sagte Das ist Kai Und da verstanden natürlich Sky Und als ich dann viele Jahre später In Deutschland als Schauspieler angefangen habe Mich Sky Dumont nannten Haben die Leute alle gedacht Der heißt wahrscheinlich Adolf Scheißenteich Und nennt sich Sky Dumont War eine sehr schwierige Zeit Inzwischen ist es okay Sehr schön Hätten meine Eltern alles gesagt Was meine Schwester sagten Hätte ich jetzt Adit geheißen Meine Schwester war drei Jahre jünger Und hat immer Adit gesagt Aber jetzt steht noch Astro Trolle vor dir Du hast in England bist du zur Schule gegangen In der Schweiz hast du das Abitur gemacht Und du bist dann nämlich nach München Auf die Schauspielschule Gibt es einen Grund Warum du dich irgendwie insgesamt Für Deutschland entschieden hast Das war ja recht kosmopolit bei euch Es gab natürlich einen Grund Das war ja noch nicht EU Und ich bin nach England eingereist Und die haben gefragt Ob ich dort einen Job suche Und dann habe ich gesagt Blöd wie ich war ja Und dann haben sie mich wieder nach Hause geschickt Und dann landete ich in München Und hatte kein Geld Und habe angefangen im Restaurant zu arbeiten Und habe als Gärtner gearbeitet Ich habe einen braunen Daumen Und dann habe ich Kompasserie gemacht Und ein Regisseur hat gesagt Sind Sie Schauspieler? Ich habe gesagt Ja, klar, natürlich, klar Und dann hat er zu mir gesagt Ich melde mich Und dann habe ich Schauspielunterricht genommen Und dann hat er mir eine Rolle angeboten Und er hat gesagt Überlegen Sie gut Das ist ein Bösewicht Hallo Wenn Sie einen Bösewicht in Deutschland spielen Dann spielen Sie in den nächsten 15 Jahren einen Bösen Ach, ich bekam damals glaube ich irgendwie 5000 Mark Das war ein Vermögen Und dann habe ich 15 Jahre lang den Bösewicht gespielt Und warst in dem Rollenfach Wie wir es eben schon von Jens München gehört haben Wie erklärst du dir Dass die Leute dann nicht mutig genug sind Und einfach mal die Schauspieler anders besetzen? Naja, das liegt in der Hierarchie Wir haben Redakteure Die Germanistik studiert haben Oder Jura Oder Lehrer Das ist, ne, es liegt wirklich daran Da fehlt der Mut Die Quote Und es fehlt einfach der Mut Den die Amerikaner haben Einfach mal was Neues Dass man Spielberg mit Was war, 28 Den Weißen Hai anbietet Mit einem Etat von 50 Millionen Das wäre bei uns nicht denkbar Wir haben ganz andere Ängste Das läuft hier aber ganz anders Du kannst dich auch nicht wirklich beschweren Du hast ja Hammerrollen gehabt Und auch immer noch Hammerrollen Und ich möchte unbedingt natürlich auch Komödien hervorheben Der Schuh des Manitou und Traumschiff Surprise Es gab ja auch Bambis dafür Und den Deutschen Comedypreis Erstmal möchte ich gerne wissen Wie ist das Ist alles super reingerückt Rausgerotzt Ich möchte als erstes wissen Wie ist das, wenn Anja Klingen einem über die Nase leckt? Ist das schön? Naja Also meine Fantasie hat es nicht in die Bewegung gebracht, nein Okay, das war Teil der Rolle Und dann möchte ich gerne wissen Ist das harte Arbeit, eine Komödie zu machen Oder ist das nicht einfach doch ein Riesenkindergeburtstag Und macht einfach nur Spaß? Nee, Komödie ist richtige Arbeit Ich habe ja sehr viel Komödie im Theater gespielt Leute zum Lachen zu bringen Das ist relativ schwierig Das ist okay, wenn man hier so flapsig Dinge von sich geben kann Aber man hat ja einen vorgeschriebenen Text Der meistens scheiße ist Und dann muss man die Leute Komödie ist richtig schwere Arbeit Aber die haben Spaß gemacht, auch zusätzlich Eigentlich nicht Weißt du, ich stand im schwarzen Flanellen Zog mit einem schwarzen Hut in der Wüste Und musste den Komikern Welle zuwerfen Es war unglaublich heiß Es war so, dass wenn die mit dem Tablett kamen Wo die Schnittchen drauf waren Wusste man nicht, ob Käse oder Schinken drauf ist Weil so viele Fliegen drauf waren Und dann waren da diese Jeder kennt ja diese Klos Die an Bauarbeiten sind, nicht? Das war das einzig fliegenfreie Gebiet Weil selbst die Fliegen gingen nicht auf diese Klos Das war nicht so witzig Das war schon schwer Das tut mir jetzt wahnsinnig leid Aber es ist ja vorbei Es gibt eine schöne Geschichte Die möchte ich gerne erzählen Alle kennen doch bestimmt den Müller Stahl Diesen wunderbaren Schauspieler Der von drüben kam Wir haben damals in Almeria gedreht Und ich war, ich wohnte glaube ich In so einem Hochhaus Ich glaube der 17. Stock Und ich habe immer mein Kostüm dabei Weil ich keine Maske habe Und dann geht das viel schneller Und die drehten die Manns Müller Stahl mit Frau Ferris Meine Lieblingsschauspielerin Meiner auch Viele Viele vergleichen mich mit ihr Da war einer, die sie kennt Und ich fuhr runter den Lift Und hatte meinen schwarzen Cowboyanzug an Mit meinem goldenen Colt Und meinem Cowboyhut an Und der Lift hielt den vierten Stock Und Müller Stahl stieg einen Und wir kannten uns Wir haben einige Sachen miteinander gemacht Und ich gucke mich an und sage Hallo Sky Machst du hier Urlaub? Vergesse ich nie Hast du was geantwortet? Oder bist du einfach raus? Naja ich habe so gelacht Dass ich was in die Hose gemacht habe Und immer wenn wir uns sehen Erzähle ich die Geschichte Und dann muss er selber lachen Ein ganz, ganz toller Kollege ist das Gut Was ebenfalls noch Du, ich glaube du hast das mal In einem Interview Als auch eine der aufregendsten Arbeiten Beschrieben Das war Eyes Wide Shut Auch weil es mit Stanley Kubik Oh ich habe es richtig ausgesprochen Gott sei Dank War Wie hast du den erlebt? Ja die tierische Angst Weil der hat ja Jack Nicholson Und diese ganzen Weltstars Fertig gemacht Kaputt gemacht Ich persönlich hatte großes Glück Weil er war ja sehr deutschlastig Er hatte ja eine deutsche Frau Und war sehr interessiert am deutschen Theater Und deutsche Filme und so weiter Und wir haben uns Ich hatte damals am Residenztheat In München Schnitzler gespielt Am Startseater Und das war ja ein Schnitzler Den wir da gedreht haben Und ich konnte mit ihm super Aber mein Gott Ich habe ja da nur irgendwie Peanuts gespielt Aber du hast mit Nicole Kidman getanzt Wie war das? Ja Naja Die stellen sich alle immer so toll vor Also ich meine Du musst immer sagen Scheiße die Kamera hat mich jetzt nicht Ich muss da nur so drehen Ich war nicht auf der Marke Und dann Was sage ich da jetzt? Mensch Und aus mir heiß Und dann hat sie mir immer erzählt Dass sie mit Tom In diese wunderbaren französischen Restaurants geht Und ich habe gesagt Das rieche ich Knoblauch Ja genau Knoblauch Und dann hat sie Wie gemein Pfeffermünz bekommen Und dann hatte sie am Schluss des Drehs Eine Magen Darm Ne Eine Magen Wand Entzündung Oder irgendwas Keine Ahnung Ja selber schuld Ehrlich Da muss man ja auch kein Knoblauch essen Oder? Naja Ich glaube dass die Megastars Da nicht so wahnsinnig drauf achten Ist denen eigentlich scheißegal Und Tom Cruise Wir verbinden den alle mit Scientology Wahnsinnig künstlich Wie hast du den erlebt? Den habe ich sehr nett damals erlebt Der war super nett Wir haben miteinander Wir waren miteinander Skifahren Der hatte ja immer ein Jet am Flughafen stehen Er war sehr nett Wir konnten ganz toll Und dann habe ich ihn Fast acht Jahre später getroffen Bei einer Bambi Verleihung Wir saßen am Nebentisch Und er kam auf mich zu Und ich sagte Hi Tom Und dann ging er durch mich durch Er hat nicht mal Hallo gesagt Der hat sich sehr verändert Der ist jetzt richtig In der Sekte Interessant Wir kennen es eh nur aus den Medien Du bist natürlich auch gern mal Also Liebling der Medien Auch gern mal Opfer der Medien Wir haben es vorhin von Jens gehört Er hat auch seine Erfahrungen gemacht Ab und zu hat man die Idee Bei dir ruft wöchentlich die Bild-Zeitung an Ist das so? Was tut man dagegen? Ärgert man sich? Anrufen tun sie nicht Sie stehen hinterm Baum Ernsthaft? Ja ja klar Man kann sich eigentlich nicht dagegen wehren Ich habe ein großes Glück Dass meine Familie ja einige von diesen Blättern hat Und ich bin nur blutsmäßig verwandt Leider kein Geld Umgekehrt wäre es mir lieber Man kann sich nicht dagegen wehren Das geht nicht Man muss schauen, dass man sich einfach raushält Und das gelingt mir in der letzten Zeit relativ gut Natürlich unterstützen sie irgendwo auch Also die Medien, die Presse Du bist ja nicht nur Schriftsteller und Schauspieler Du bist auch Sprecher Das war jetzt eine super Kurve Und du hast ein Navigationssystem mit eingesprochen Du bist die Stimme eines Navigationssystems Und mich interessiert es mal Wie lange dauert das Bis man das eingesprochen hat Nein, nein Es war ganz anders TomTom kam auf mich zu Und hat gesagt Herr Dumont Sie sind doch Sprecher Wie wär's wenn Sie mal Ein Navi machen Wir machen verschiedene Sachen Die meinten natürlich Ich mach den Santa Maria Und da hab ich gesagt Ne, machen Sie doch mal ein Sadomaso-Ding Du Sau Rechts abbiegen Und da haben wir ein bisschen was aufgenommen Aber die Leute wollten es anscheinend nicht Aber ich fand das lustig Wenn ich mir vorstelle Ich fahr durch Hamburg durch Und dann sagt eine Frauenstimme Komm du Sau In 50 Meter abbiegen Ich finde das speck Also ich wäre mit Ich hab kein Auto Aber ich hätte mir deswegen ein Auto angeschafft Das ist nicht toll? Wegen deiner Stimme Was noch knackeneu ist Du moderierst seit diesem Jahr Haunted Seelen ohne Frieden Und das ist nämlich eine Sendung über Übersinnliches Paranormales Über solche Aktivitäten Hast du eine übersinnliche Veranlagung Oder glaubst du an sowas? Ich hab höchstens eine sinnliche Verangabe Auch gut zu wissen Nein Da muss ich ein bisschen ausholen Das geht wirklich um Dinge Die geschehen sind Und die nicht zu erklären sind Ich darf nur ein kleines Beispiel Es war so, dass meine Mutter ja sehr an Astrologie Und Wahrsager glaubt Und mein Bruder und ich haben das ja mal völlig abgelehnt Sie finden das total scheiße Und dann hat sie mir ein Band geschickt Damals waren noch diese Kassetten Die man so in den Und da sagte irgendwie so eine ältere Frau Auf Englisch Dass ich irgendeine Uniformrolle spielen würde Und dass ich ein Theaterstück Angeboten bekäme In New York Und dann habe ich gesagt Naja, das ist ja wirklich ganz toll Als Schauspieler spielt man immer Uniformrollen Das ist nichts Besonderes Und meine Frau war damals Im neunten Monat Ungefähr vier Wochen vor der Geburt Und mein Agent aus England Rief an Und man bot mir eine Rolle Am Broadway an Mit Joan Collins Und das hat mich dann doch etwas Die Haare haben sich ein bisschen aufgefallen Gänsehaut Ich habe es ja nicht gemacht Weil ich ja natürlich bei der Geburt meines Sohnes dabei war Aber das fand ich schon Also es war schon nicht erklärlich Weil wie konnte die das voraussehen Einige Sachen werden einfach nicht erklärbar sein Erklärlich Wir gehen nochmal rüber zur Baerecke Würde ich sagen Zu Jens München und so weiter Aber eine Frage habe ich natürlich noch Ah, Christian ist da Und zwar hast du schon eine Idee für ein neues Buch? Ja Ich habe mir gedacht Ich schreibe die Rolle weiter Der ist schon tot und hat es nicht gemerkt Oh, wie schön Und wenn du dieses Buch rausgegeben hast Kommst du dann wieder zu uns? Ja klar Wenn ich nicht tot bin Ja super Dann hocken wir uns hier schön hin Ich sage dorthin Sky Und ich gebe jetzt erstmal ab Zur Bühne Zurück zu Peter und Jan Seh dich Sänger Jan Plefka sitzt bei mir auf der Bühne Zitat Natürlich sind Zusammenhänge wichtig Aber hier und jetzt wollen wir für einen Moment mal alles beiseite lassen Ohne an gestern, vorgestern oder morgen zu denken Warum? Weil man noch nie in unserer Geschichte so sehr das Gefühl hatte Dass es nur um den Moment geht Erinnerst du diesen Text? Äh, nein Er steht auf eurer seligen Homepage Hervorragend Großartig Der steht Ihr habt euch nämlich wiedergefunden Ja Im Jahre 2008 hat sich selig reunion Und das steht bei euch unter Biografie Es steht nämlich gar nichts über euch da Sondern dieser Satz Ah ja, das ist sehr treffend Vielen Dank für das Gespräch Ähm Wie war das? Sich nach langer Zeit wiederzusehen Und Also ihr habt ja dann eine Pause gemacht von 10 Jahren fast Ja Außer dass ihr ein bisschen älter geworden seid Was war anders? Was war gleich? Also das erste Treffen war nicht witzig Wir haben uns außerhalb von Hamburg in so einem Restaurant getroffen Und Und Da kamen die alten Geschichten auf den Tisch Du hast damals das und das und dies und das Aber es gab ja einen Grund, warum wir uns noch mal getroffen hatten Und unser Schlagzeuger hatte dann irgendeinen Spruch gebracht Und auf einmal haben alle gelacht Und dieses Lachen war glaube ich, wo man merkte Da ist doch noch was Also wir hatten uns ja auch geträumt, weil der Kreis noch nicht rund war Und dann haben wir verhandelt Und also so geredet und geredet Und wie man das schaffen kann, jetzt noch mal zusammen Musik zu machen Und haben so Formeln, so Seligregeln aufgestellt Die auch immer noch eingehalten werden Und Was ist das zum Beispiel für eine? Ja, dass man zum Beispiel, dass man die Macken des anderen akzeptieren muss Dass man weiß, man kann ihn nicht verändern Es ist einfach so Und wenn er diese Macke nicht hätte Dann könnte er auch nicht so gut Gitarre spielen zum Beispiel Oder Schlagzeug Ja, bei mir und Astrid ist das ungefähr dasselbe Ja, aber das ist nur so eine Band, das ist wie eine Ehe Nur noch schlimmer Ja, wen sagst du das? Weil so fünf Leute, das ist Wahnsinn Ja Und alle unter einen Hut zu kriegen Aber am Ende seid ihr jetzt doch nur vier gewesen Wir haben uns getrennt von unserem Keyboarder Und genau Und das ist ja Alles so Themen Alles so Themen Komisch, dass ich das anspreche Eigentlich hättest du die Billionien gar nicht so wirklich gebraucht Denn du hattest ja voll was zu tun Also du hast das zwei Solo Beziehungsweise eine Solo-CD schon rausgebracht 2002 Zu Hause, da war ich schon Du hast dann eine CD gemacht 2000 Die aber jetzt erst in diesem Jahr rauskam, 2016 Weil was ist denn da passiert? Warum braucht man 16 Jahre für eine CD? Ja, ach, wofür Ich bin ja nach Schweden Und dann kam ich wieder nach Deutschland Und ich dachte immer noch, ich bin ein Superstar Und hab dann mit einem Kumpel eine Platte aufgenommen Und bin dann zu den Plattenfirmen hin Und meinte, hier, ich hab eine Platte aufgenommen Und die meinten, nö, aber die bringen wir nicht raus Ich so, wieso das denn nicht? Ja, die hat ja überhaupt nichts mit selig zu tun Ich so, ja, das bin ja auch ich Und so lag sie dann da Also auch wieder Schubladen denken, wie bei den Schauspielern Ja, genau Also du solltest das einfach so machen Immer das schrabbeln, was die anderen machen Sag mal, kann ich den Moment nutzen? Möchtest du das Klo oder was? Nein, nee, nee Und zwar, ich war vorhin, bevor ich zur Show kam War ich bei der reizenden Jessica Lewis Das ist eine Freundin und die macht Gestaltung unseres neuen Projekts Darf ich das? Und ich hab, es ist noch hier drin In diesem Brief Also ist das ein heißer Shit hier? Das ist ein ganz heißer Shit Und zwar, wenn ich das jetzt aufmache Mein Kumpel Marco und ich Wir sind auch zusammen unterwegs Als Duo Gitarre und Gesang Between the Bars nennen wir uns Zwischen denen Und wir dachten uns, wir veröffentlichen auch was Nein Und zwar Ach, guck mal, ist das nicht schön Eine Kassette? Eine Kassette, meine sehr verehrten Damen und Herren Das kennt ja von unseren Online-Usern keiner mehr Ist das nicht schön? Das ist doch Wahnsinn Ach, ist das geil Eine Kassette Wer hat noch alles einen Kassettenrekorder? Ich Guck mal, alle, ne? Das war wahnsinnig schwer Das war unglaublich schwer Ich hab das mal Weil es gibt keine Keine Vervielfältigungsmaschinen mehr Die sind alle nach Afrika und Jamaika verkauft worden Oh Weil da die Weil die Hitze beständig sind Und so, guck mal, ist das nicht schön? Und wie schön ist das denn? Das ist so schön Ja Und das ist fertig Und die gibt's jetzt am 13.11. Geht mein Kumpel dann mit dem Gitarrenkoffer Und ich geh mit dem Koffer mit Kassetten Und dann verkaufen wir die Von der Bühne runter Und wenn denn jetzt noch jemanden findet Der wieder Kassettenspieler her spielt Ist das richtig eine Marktlücke? Aber wir haben auch so einen Download-Code drauf Weißt du so? Dann kannst du das eintippen Und kannst das auch auf deinen digitalen Geräten gucken Ah, das ist genau Das ist hier eine echte Welt Between the Bars Sehr gut Jessica, danke Sehr gut Sehr, sehr gut 2005 kam irgendjemandem die Idee Dass man dich mit Rio Reisersongs durch die Lande schickt Wer hatte denn die Idee? Tom Stromberg Der hatte damals das Schauspielhaus hier Und der ist ein glühender Rio-Fan Und hat mich dann gefragt Du auch zu dem Zeitpunkt schon? Ja, ich bin Das ist immer noch mein Held Seitdem ich 14 bin Konntest du ihn denn noch mal treffen? Also der hat ja Ich war hier nebenan Hat er gesungen im Schmitz Und ein Kumpel von mir meinte Komm, Rio, der mag das, was du machst Komm, lass uns den besuchen gehen Das war zu Seligzeiten Ja, genau Und ich war so aufgeregt Und dann nach dem Konzert saß er draußen auf dem Tisch Und ich habe ihn gesehen Und ich war irgendwie von hier bis zur Bar So weit waren wir voneinander entfernt Und ich bin weggelaufen Ich bin abgehauen Ich habe mir nicht getraut Weil die Knie haben gezittert Ich dachte, ich stammel nur Und so habe ich ihn leider nie kennengelernt Das ist jetzt eine traurige Geschichte Ja, ja So, jetzt hast du ja aber nicht nur einen Abend mit Rio Reiser Songs Sondern auch mit Simon & Garfunkel Das ist jetzt erstmal musikalisch nicht so zusammen zu kommen Nee, aber wenn man diesen Rio Abend ist, ist es jetzt auch nicht so Dass ich es so tue, als wäre ich Rio Reiser Ich bin Jan Pläfka und singe die Lieder Nimm die Argumente und die Lieder von Rio Und singe die als eigene Und so ist das bei den Simon & Garfunkel Songs auch Das klingt dann eigentlich Simon & Garfunkel waren ja eher so die Muttersöhnchen damals Irgendwie zur Rock'n'Roll Zeit Aber wir spielen die, als wenn die Doors Simon & Garfunkel spielen würden Und das ist auch ein Abend Das ist so, ja das ist so ein inszeniertes Konzerte sind das Mit kleinen Wirkungsmechaniken drin Und Effekten und so Also das, genau Also wir sehen schon, liebes Publikum, eine unglaubliche Bandbreite Und das habe ich dann ja auch noch erfahren Du hast ein paar Jahre schon her Bevor der U-Bahnhof Bundestag der Öffentlichkeit übergeben wurde Hast du den Papageno gegeben? Papageno, ja ja Du als Papageno in der U-Bahn Und du Superbarist Und ich so, nee, ich laufe doch nicht irgendwie durch die U-Bahnöfe So als Federvieh Und er so, nee, komm mal, das ist ein riesen Ding Und dann hat er mir die Pläne gezeigt Das hier diese Kanzlerbahn, ne Wo, wo, da, dieses, ein stillgelegter, also nie benutzter U-Bahnhof in Berlin Direkt unterm, äh, unterm Amter Und, ähm, und da hatte der, und da hatte der, der, ein riesiges Dirigent hatte die Idee Dann die Zauberflöte modern zu inszenieren, so volkstheatermäßig Und da haben sie mich dann als Papageno gecastet Also eine Lederjacke und so Und das war wirklich toll Und mit diesen ganzen Opernsängern, ne, aus der ganzen Welt Also echt Koryphäen Aber man muss dazu sagen, dass Papageno nie von Mozart geschrieben wurde Aus, ähm, als Sängersicht Eher als Schauspieler oder Gaukler Deshalb konnte ich das überhaupt singen Weil anders wäre das unmöglich gewesen Wir springen in dieses Jahr, 2016 Du hast, äh, mitgemacht bei einem MTV Unplugged Album Von, äh, Westernhagen Ja Ähm, genau, also Wie muss man sich das vorstellen? Also da kommt eine Anfrage Oder wie Ich war, ähm, 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 bei Stopp, bei unserem Schlagzeuger in Keller Und dann klingelt das Telefon Und es war jemand von einer Plattenfirma von, äh, ähm, und ich dachte irgendwie Oh, super, vielleicht kriegen wir einen neuen Vertrag Und meinte, nee, Marius möchte Ach, der hat nicht selber angerufen bei dir? Nee, nicht selber Du bist ja ein Hörer Ja, das ist, äh, ne, Herr West Marius möchte gerne mit dir ein Duett singen Hattest du eine Idee? Welches Lied hört, würdest du das machen? Ich so, na klar, irgendwie mit 18 möchte ich singen Das habe ich in sämtlichen Rauschzuständen irgendwie, ne Mit Fabian und Marek und allen anderen irgendwie Also diese Hanuf-Brüder, ich glaube, da geht noch was hier Ich hatte später dann auch noch eine Band mit Marek zusammen Tempo Tempo, ja genau Genau So, also du bist, äh, zu, du bist dann nach Berlin Nach Berlin in die Volksbühne Und dann probt man wahnsinnig lang Oder wie muss man sich das vorstellen? Nee, nee, ich kam da an, das war der erste Probentag irgendwie Und dann, ähm, äh, saß ich da im, im Publikumssaal Die waren schon am Proben Und ich, wo sie hatte die Setlist und dachte Okay, Stück Nummer, Nummer 12, da bin ich dran irgendwie Dann, äh, oh Gott Und dann fragte er von der Bühne irgendwie, ja Ist denn der Plövka auch schon da? Und ich so, ja, hier, ja, dann komm auf die Bühne Und dann, angezählt, dann haben wir dieses Er so, wie wollen wir dann das machen? Ich so, keine Ahnung Und dann, also ich singe eine Zeile, du eine Ist das okay? Ich so, ja, super irgendwie Und dann haben wir das so gemacht Und er so, es läuft doch irgendwie Dann bis morgen zur Aufzeichnung Ja, ich kenne das vom Talk der offenen Tür So produzieren wir Das war echt Und das war echt toll Also das war wirklich So sitzt man da neben dieser Legende irgendwie Und singt mit denen mit 18 irgendwie Marek hatte mir auch erzählt Ich war so ein Fan Wir sind dann auf Interrail oder was gefahren Und sind dann an Düsseldorf vorbeigekommen Und haben eine Pause gehabt Und dann bin ich rausgesprungen Als Marek mich fotografiert hat Unter dem Düsseldorf-Schild Wegen diesem Lied mit 18 Rante ich in Düsseldorf rum Das habe ich ihm gar nicht erzählt Dem Marius Vielleicht guckt er diese Show Natürlich guckt er sie MTV Unplug Westenhagen Und Jan Plevka singt mit 18 Ja und was Jan Plevka noch so alles zu bieten hat Und was ihn ausmählich macht Das sehen wir Gleich Ich habe ein bisschen Gepäck Das reiche ich mal dir Christian Kannst du das rübertragen Wir begeben uns nämlich jetzt ins Publikum Weil es ein so volksnahes Thema ist Was ich jetzt habe Und zwar wartet hier links auf mich Nina Deißler Flirt-Coach und Beziehungsexpertin Umgekehrt Flirt-Expertin und Beziehungscoach Guten Abend Nina Geht beides Hi Wie schön Nina hat wenigstens mal einen Longdrink wie ich Nina trinkt Gin Tonic Ich Cuba Libre Und Nina du hast gerade dein zehntes Buch rausgebracht Viel handelte Ja vom Flirten Und von Beziehungen Und jetzt heißt es Beziehungsstatus kompliziert Die Wahrheit über Männer, Frauen, Sex und Liebe Liebe Nina was ist denn die Wahrheit Wenn ich das jetzt so in einem Satz sagen könnte Du dann hätte ich ja nicht das ganze Buch drüber geschrieben Es geht in diesem Buch eher darum Diese Schwierigkeiten die wir manchmal miteinander haben So ein bisschen aufzudröseln Und auch zu zeigen Dass manches davon vielleicht gar nicht so kompliziert ist Sondern dass wir es uns sehr gerne kompliziert machen Und auch wie man das lassen kann natürlich Okay das ist also möglicherweise tatsächlich so Siehst du denn gerade so unsere Generationen Die Menschen zwischen 35 und 50 Als besonders beziehungsunfähig an Oder sind das Nein Energisches Kopfschütteln Also die Medien suggerieren uns das Nein Kein Mensch ist beziehungsunfähig Bevor er überhaupt in eine Beziehung kommt Es ist meistens die Art und Weise Wie wir Beziehungen verstehen Die uns beziehungsunfähig macht Also Wir haben einfach das Problem momentan Dass wir in so einer In so einer Zeit leben Wo wir uns von alten Rollenbildern Noch nicht wirklich gelöst haben Weil es das ist Was uns vorgelebt wurde Was uns als Ideal mitgegeben wurde Und zum anderen Ja Gerne das neue Wollen Aber damit noch nicht so richtig klarkommen Und dann haben wir so Die Auswahl aus Tausenden, Millionen von Partnern Überall auf der Welt Und dann können wir uns nicht entscheiden Und Ja Also auch so wie der Jens vorhin schon sagte So dieses Wie ist man denn emanzipiert Und gleichzeitig weiblich Oder bei den Männern Wie kriegt man das denn hin Dass die Frauen irgendwie Einen mögen Ohne dass man ständig hinterher ist Dass sie einen mögen Also das sind so Dinge Die sind momentan Für viele Menschen Einfach sehr sehr schwer zu lösen Und deshalb gibt es mich Ja und deshalb hilfst du Aber sag mal Wie siehst du denn das Frauenbild Oder wie siehst du die Gleichberechtigung In Deutschland Zwischen Männern und Frauen Ist die da? Ja Die ist zum Teil schon da Sie ist nur irgendwie Noch nicht so richtig verteilt Glaube ich Also Ich mache mich jetzt wahrscheinlich Sehr unbeliebt Aber das bin ich ja gewöhnt Ich trage immer zum Beispiel Gerne Pünktchen Weil man sieht Wenn man Pünktchen trägt So unglaublich niedlich aus Und dann darf man Viel bösere Sachen sagen Also zum Beispiel Ja Frauen verdienen nach wie vor Schlechter als Männer Und ich habe mal in einer Firma gearbeitet In der Die Firma war sehr sehr jung Die Firma war sehr neu Ich glaube niemand in dieser Firma Hatte vor Frauen weniger zu bezahlen Als Männer Ich weiß aber Dass trotzdem die meisten Frauen Weniger verdient haben Als die meisten Männer In der gleichen Position Und das hat einfach damit zu tun Dass nach wie vor Sehr viele Frauen Sehr sehr gerne beliebt sein möchten Und gelernt haben Dass sie bescheiden sein sollen Und eine Firma ist nicht bescheuert Wenn du nicht viel verlangst Zahlen sie dir nicht viel Schreiben wir uns hinter die Ohren Also gern niedlich kleiden Wenn ich dich richtig verstehe Aber ordentlich Tacheles reden Das ist richtig, oder? Ein Schlenker möchte natürlich auch Bevor wir darüber noch weiterreden Zu dir persönlich machen Warst du Weil wir reden auch über Single-Leben Und wie man jemanden kennenlernt Warst du überhaupt mal Single? Ja, ich war Single Also mindestens 14 Jahre lang, glaube ich Die ersten Ja, ja Na klar Das ist ja schön Gut Also dann ist jetzt Zeit für die Geschichte Wie du nämlich deinen Mann kennengelernt hast In kurz Achso, ich dachte Wir reden jetzt auch über meine Kindheit Wie habe ich meinen Mann kennengelernt? Ja, es war Also fast an dieser Stelle Als hier noch ein anderes Gebäude stand Das aber auch ein Cocoon beherbergte Und Julia Die auch hier irgendwo ist Mir von einem zu Unrecht unbekannten Musiker erzählte Der richtig, richtig cool ist Und richtig geile Musik macht Und total coole Texte schreibt Ich glaube, bei dem war das ähnlich wie bei Jan Also Claudius war früher, glaube ich Auch immer zu schüchtern Die Mädchen anzusprechen Und hat dann die Liebesgedichte gesungen Und Gitarre dazu gespielt Und sie erzählte von diesem Typen Ich sage, hä, wer kenne ich nicht Und dann begegnete der mir plötzlich Medial immer wieder Bei YouTube Und bei MySpace Und bei weiß ich nicht wo Und irgendwie dachte ich Okay, der muss ja den mal anhören Und fand ihn ganz toll Und dann habe ich ihm so ein kleines Kompliment Ins Gästebuch geschrieben Und er sagt, er hätte mein Foto gesehen Und ihm wurde warm Und er wusste, dass er mich heiraten will Ja, ja, ich weiß jetzt Lachen wieder alle Aber passt auf Haltet an Ja, haltet an Er hat mir dann sehr nett zurückgeschrieben Daraufhin habe ich ihm wieder geschrieben Dann hat er mir wieder geschrieben Und dann hat er mich gefragt Woher kennst du mich? Und dann habe ich das Kukun erwähnt Und dann war erst mal drei Tage Sendepause Und dachte ich, oh oh Habe ich jetzt was Falsches gesagt? Und dann meldete er sich doch wieder Und dann haben wir uns so in zwei Wochen Ungefähr 200 Nachrichten Oder so geschickt Was so den Nachteil hatte Dass ich nicht mehr arbeiten konnte Aber ihr habt euch irgendwann auch getroffen Ja, nein, ich saß immer so Und dann dachte ich irgendwann Okay, jetzt muss ich den Typen mal sehen Und dann bin ich da hingefahren Und dann, ja, weiß ich auch nicht Also es war Und ich gehe da raus Und dann ruft meine Freundin an Und sagt, und, 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 und Wie war er? Wie ist er? Wie, was war er? Und dann sage ich, den heirate ich Und sie so, ja genau Und so ist es gekommen Nämlich nur wenige Monate später Naja, beim nächsten Date hat er Ich meine, er ist Musiker Im Nachhinein weiß ich das natürlich Aber, weißt du, wenn ein Typ dich anruft Und sagt, du hast mich so umgehauen Ich habe ein Lied für dich geschrieben Und dich beim zweiten Date fragt Ob du ihn heiraten willst Dann kommst du ja am Anfang nicht auf die Idee Dass das vielleicht ein blöder Plan ist Oder so, ja Und dann denkst du Hey, das ist cool Geheiratet habe ich noch nie Sag ich mal, ja Was soll schon passieren? Ja, und jetzt sitze ich hier Gesagt, getan Und da übrigens Gressel, einmal um dich rum Da sitzt er nämlich, Claudius Sing doch mal Das ist eine schöne Geschichte Liebe auf den ersten Blick Viele, viele, viele Liebe Nina Haben nicht das Glück Sind jetzt ein bisschen neidisch Deshalb Was tun die anderen? Was ist der Universaltipp für eine Frau? Und was ist der Universaltipp für einen Mann? Oh Gott Der Universaltipp Du, jetzt fragst du mich was Ja, guck Also der Universaltipp für einen Mann ist, glaube ich Wenn du zu einer Frau nett sein willst Dann sei ruhig nett Aber sei so nett, wie du sein willst Weil du nett sein willst Und nicht, weil du denkst Sie will, dass du so bist Also hör auf es Den Frauen recht machen zu wollen Sondern sei so, wie du gerne sein möchtest Und wenn das nett ist Dann ist das okay Ja, wenn sie das merkt Dass du nicht auf Teufel komm raus Bei ihr beliebt sein möchtest Dann wird sie das merken Und dann wird sie das ganz gut finden Und der Universaltipp für Frauen ist Ein Mann, der heterosexuell ist Der steht auf Frauen Der denkt 300 Mal am Tag darüber nach Wie er eine Frau kennenlernen kann Wenn du eine Frau bist Glückwunsch Wow, echt? Das ist der einzige Tipp? Ja Alles klar Ja Liebe Frauen Wenn wir uns hier mal umgucken Wirst du sagen Das können die alle irgendwie so umsetzen? Naja Es ist immer so ein bisschen Also die Frauen kommen immer zu mir Und sagen Oh Gott, was muss ich machen? Was muss ich machen? Was muss ich machen? Ja Und das größte Problem Was Frauen beim Flirten haben Zumindest ist es das Was ich in den Seminaren immer wieder erlebe Ist Die könnten theoretisch flirten Wenn sie wüssten Wie sie den Typen wieder loswerden Wenn sie sich verflirtet haben Also Das heißt Das erste Was ich in einem Flirttraining Frauen beibringe Ist wie man einen Korb gibt Wenn man möchte Also wie man sagt Du lass mal stecken Nein danke Dann können die meisten auch gerne flirten Und die beste Haltung Die du als Frau an den Tag legen kannst Ist Komm ruhig her Ich hab was für dich Aber du musst dich ein bisschen anstrengen Es gibt einen Grund Dass im Guinness Buch der Weltrekorde Überwiegend Männer verzeichnet sind Es gibt einen Grund dafür Dass Männer irgendwie so einen Drang haben Irgendwas zu tun Was wirklich schwierig Und unangenehm Und völlig bescheuert ist Wenn sie den Eindruck haben Dass es sich lohnt Und ich finde Das kann eigentlich jede Frau Ziemlich gut darstellen Ich finde das ein Megatipp Ich hab trotzdem noch eine Nachfrage Weil manche sagen Aber wenn Frauen zu selbstbewusst sind Oder vielleicht zu klug Dass es Männer auch abschrecken könnte Jetzt sind wir wieder beim Uschi-Prinzip Sollte Frau, Mann auch immer irgendwie mitgeben Wow, echt Das kannst du bewundern Und ihn einfach toll finden Ist das wichtig? Männer wollen Wieso höre ich hier lachen? Das scheint, dass irgendjemand Das mich ernst nimmt Das ist eine ernste Frage, Nina Ich merke das schon Ich gebe ja auch total ernste Antworten Das Leben ist ernst genug Nein, jetzt mal ganz ohne Blödsinn Natürlich wollen Männer toll gefunden werden Das heißt ja aber nicht Dass du dich blöd stellen musst Männer mögen eigentlich intelligente Frauen Total gerne Sie mögen es nur nicht Mit ihnen konkurrieren zu müssen Und das ist genau eines der Themen Die wir heutzutage in unserer Gesellschaft haben Dass wir dieses Thema Emanzipation und Gleichberechtigung Auch auf dieses Level gebracht haben Dass wir oft mit den Männern konkurrieren Und dass wir Frauen sehr häufig In diesem Konkurrieren Total viel Angst haben Nicht gut genug zu sein Und dann so Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Und dann meinen wir uns irgendwie Was weiß ich Wie groß machen zu müssen Und der Typ denkt Oh Gott, der kann ich nie das Wasser reichen Und da hat er keinen Bock drauf Ja, dieses Also ich bin mal interviewt worden Für Ich glaube das war die Brigitte oder so Und da ging es eben auch um Selbstbewusste, erfolgreiche Frauen Und dass die keinen Partner finden Und da habe ich so einen ganz denkwürdigen Satz gesagt Nämlich die meisten Frauen haben gelernt Ihren Mann zu stehen Nur, weißt du, wenn die Frau ihren Mann steht Wo steht denn da der Mann dann? Ich glaube wir haben echt eine Menge nachzudenken Würde ich sagen Nur ganz kurz mal an die Menge gefragt Mögen die Männer hier kluge Frauen? Oh, das ist aber echt verhalten Zu Anfang zumindest Aber wir lassen das mal so stehen Dann, äh Ja, doch so Buh, Anraum Okay, wir diskutieren das später Ich diskutiere das mit jedem Einzelnen von euch aus Das ist ja das Schöne Weißt du, eigentlich fürchten die Männer schlaue Frauen Aber eigentlich wissen die Männer ja auch Dass die Frauen viel schlauer sind als sie Ja, der kommt bestimmt auch richtig gut an Also wir werden Wir werden gleich noch sprechen Aber worauf wir noch hinweisen wollen Ist, dass du noch eine ganz tolle Veranstaltung hast Nächste Woche Nämlich ein Eat and Meet and Greet Eine Ladies' Night Eine Ladies' Night, genau Eine Ladies' Night im Eat and Sweet So ähnlich, ja Im einzig wirklich guten Laden Den es in Niendorf gibt Weil es da wahnsinnig leckeren Kuchen Und echt guten Prosecco Und nächsten Donnerstag dann auch mich nochmal gibt Allerdings nur für Frauen Und ich möchte bitte nochmal dazu sagen Wirklich, ich liebe Männer Ich finde Männer toll Und ich werde es nächste Woche auch den Frauen nochmal im Detail erklären, warum Herrlich und ich freue mich auf Nähkästchen-Geplauder Und so weit geben wir jetzt erstmal ab Nina und ich zurück zur Bühne Da sind wir wieder bei Jan Plevka und mir Guten Abend Du bist tiefenentspannt heute Du kommst nämlich Donnerstag 17.15 Uhr ist deine Yoga-Stunde Ja Meine ist Dienstag 18 Uhr Es gibt Leute, die finden Yoga doof Also gerade bei den Männern finde ich Es sind eher Frauen, auch die zu Yoga gehen Was hat dich denn zum Yoga gebracht? Ich wurde angesprochen auf der Straße Ob ich Es gibt so eine Art So eine Art Männer-Yoga-Kurs Kundalini Und ob ich da mitmachen würde Ich habe es probiert Und mein Leben ist seitdem um einiges besser Warum? Weil? Es ist wirklich einer der wenigen Stunden in meinem Leben Wo man Wo ich wirklich bei mir bin Also Also Das hört sich jetzt komisch an Aber wo ich wirklich da bin Du hast mir gerade gesagt Du hast elf Minuten die Vorbeuge gemacht Du kannst mir doch nicht sagen Dass man dann da ist Dann bin ich Dann krack ich ab Ja, nee Kundalini ist so was Geistig und körperlich Verbindet Die Bewegungen, die du machst Haben auch einen Sinn Du trainierst dein Natural Mind Also das ist Man muss sich vorstellen Das Ego Die Riesenwende des Egos Irgendwie Ich bin Musiker Ich wohne auf St. Pauli Das ist ziemlich cool Irgendwie so Und habe dies und das gemacht Das ist das Ego Aber hinter dem Ego Gibt es noch das Natural Mind Also das Was man wirklich ist Und das um einiges Wilder und Freier Als Als das Und wenn man Wirklich bei sich ist Und momentan So Wie dieser Seligspruch Wenn man da angelangt ist Dann ist man bei sich Und dann Und das ist eigentlich Ein schöner Moment Irgendwie Den man erlebt Und das ist Deshalb freue ich mich Auf jede Yoga Stunde Ich mich auch Das kann man zusammenfassend sagen Du hast Anfang des Jahres Also pünktlich zum 1. Januar Dein Leben verändert Und hast dem Alkohol abgeschworen Ja Wahnsinn Kein Tropfen Seit Silvester Ja Also Silvester Du trinkst auch freies Bier Während ich natürlich mit trinke Prost Prost Genau Und das ist auch Ja ich habe ganz schön viel getrunken In meiner Vergangenheit Und ich glaube fast Ich habe den Säufer in mir totgesoffen Ich habe es geschafft Und mein Fässchen ist auch Alle schon lange Und das ist einfach ein besseres Leben Also für mich Und dem Industriezucker Industriezucker habe ich auch Weil ich wurde Nachdem ich den Alkohol aufgegeben habe War ich dann Süßigkeiten süchtig geworden Und habe die ganze Zeit Schokobons gegessen Und das ist ja noch schlimmer als Alkohol Und ich habe dann so eine grüne 14 Tage nur grünes Zeug gegessen Also Erbsen, Spargel Und wenn man sich das schön zurecht macht Geht das ne 14 Tage Und da gab es dann auch kein Nichts Süßes Und dann dachte ich bleibe ich auch dabei Und habe jetzt so keinen Industriezucker Also ich esse so Daddeln und Nüsse Und Trockenfrüchte und so Aber das kann ich sogar noch mehr empfehlen Als kein Alkohol Weil der Energielevel Den man hat Der ist konstant Es ist irgendwie Mir tun Kinder auch leid Die wissen gar nicht Wie das Leben ist Wir geben denen die ganze Zeit Geburtszun Geburtsheitsgeben Wir geben denen Torte Das Süßeste Und Cola und sowas Wir vergiften die Das ist wie Kokain Was sagen denn deine Kinder dazu Also du hast ja vier Ich meine Machen die mit Ich meine Aber man findet ihr das nicht irre Irgendwie Guck mal Mama und ich Wir essen jetzt hier keine Süßigkeiten mehr Und so Gibt keine Süßigkeiten mehr im Haus Und die so Ja du Die habt ja auch nur ihr gekauft Also die sind Die sind Die sind Die interessiert das gar nicht So Süßigkeiten Merkwürdigerweise Was sind denn deine aktuellen Süchte Meine aktuellen Süchte Ich war dann Facebook-süchtig War ich Ganz Das sind wahrscheinlich einige hier im Saal Ja Facebook Also ganz schlimm Und dann habe ich Jetzt bin ich von Facebook auf Instagram Super Genau Pestokon Und so Das ist wirklich Wahnsinn Und ich finde Ich finde Ich finde Ich finde ganz im Ernst Da ist irgendwas im Spiel Weil ich habe das für Wirklich Da gibt es teilweise die gleichen Themen Und wahnsinnig langweilige Bücher Die da sind So irgendwie so Bücher wie Heinz Strunk oder Auaus Oder solche Sachen Und die da überhaupt nicht drin vorkommen Und dann gibt es ein Buch Und das einzige Buch Was wirklich raussticht Ist dieses von diesem Melle Thomas Melle Der diese manischen Diese Bipolarität irgendwie beschreibt Und dann gewinnt der Bodo Kirchdorf Mit dem wahnsinnig unglaublichen Also wäre nicht dein Tipp Nee überhaupt gar nicht Also ich finde das Und das ist doch Muss doch irgendwie ein abgekatertes Spiel sein Da Das ist doch wie bei Musikbusiness Oder so Ich weiß es nicht Keine Ahnung Nee auf jeden Fall Aber das ist eine schöne Sucht Irgendwie Wie so ein Nasenbär Die Buchstaben da aussaugen Irgendwie aus den Büchern Bücher lesen bin ich total Das ist echt gut Wir müssen Wir haben ja gerade Nina Deißler auch noch mal Ein bisschen gehört Über Partnerschaft Und du hast in unserem Vorgespräch gesagt Wenn du Paare beobachtest Macht dich das manchmal fertig Wie die sich gegenseitig beobachten Und so in die Zange nehmen Und also ist die Offenheit sehr wichtig Inwieweit Du mit deiner wunderbaren Anna Die wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben Wie lebt ihr das? Also wie bleibt ihr offen miteinander und füreinander? Ja ich glaube Wir haben das große Glück Irgendwie dass wir Füreinander tatsächlich bestimmt sind Also da Als sie vor mir stand Das erste Mal War das schon klar Auch als sie noch mit Fabian zusammen war Der hat echt eine tolle Frau abgekriegt Und das sollte auch so sein Und sie ist anders als ich Ich muss immer raus Ich muss Leute kennenlernen Ich renne durch die Gegend Wie ein wahnsinniger Erlebe Geschichten hier und da Und Anna ist zu Hause Die liebt Kinder Irgendwie so Die ist gar nicht so sozial Die übersetzt Bücher ins Schwedische Und die hat so Ja es ist so ihre Welt Die Bücherwelt Und immer wenn ich nach Hause komme Und dieser wilde Duft Den ich dann mit reintrage Das interessiert sie Also die findet mein Leben wahnsinnig spannend und toll Und ich finde ihr es auch wahnsinnig spannend und toll Und das ergänzt sich Und wir hören uns gegenseitig gerne zu Perfect match Ja ich also richtig Glück gehabt Total Totales Glück Glück haben auch die Seligfans Ihr werdet fast gleich nach der Show Nach Schweden fahren Und euch eine Woche einschließen Um was zu machen Genau wir fahren nach Schweden Und machen so eine Art Band WG Wir haben da so ein Haus Anna und ich Und da schließen wir uns ein Bei Feuer und guten Essen Irgendwie das wir selber kochen Und bauen auf Und versuchen weit weg von hier und allem rum Irgendwie die nächste Selig CD Irgendwie in Angriff zu nehmen Ihr habt keinen großen Ja da freut sich das Publikum Nach all den Jahren Nach all den Jahren Ihr habt kein großes Label Ihr habt nur die Booking Agentur Kein Label Das heißt ihr müsst nicht irgendwann fertig werden Wir haben keine Plattenfirma Kein Management Wir haben eine Booking Agentur Das ist alles Und wir haben keine Scheren im Kopf Dass wir jetzt einen Radio Hit brauchen Oder so ist alles weg Also es kann sein Dass es ein sehr psychedelisches Album wird Ich weiß es nicht Wir setzen uns wirklich dahin zusammen Und dann geht's los Die Reise Da wünsche ich euch sehr viel Spaß in Schweden Ja danke Ich möchte mich ganz herzlich bedanken Für diese wunderbaren Geschichten Und die offenen Sachen Die du uns alles erzählt hast Und darf dich jetzt Weil gleich ein anderer Jan Hier auf die Bühne kommt Nach unten bitten Zu Astrid An dem Bistotisch Wo auch Jens, Sky und Nina stehen Herzlichen Dank Dass du unser Gast warst und bist Jan Plefka Dankeschön Ab in unsere Runde Zwei Nachrichten gibt es Wir nähern uns jetzt immer mehr mit Talk der offenen Tür Wetten das Nicht nur, dass wir Ja, dass wir die Sendung verlängern Einfach Nein Unser Stargast Sky Dumont Muss tatsächlich morgen ganz, ganz früh Das ist jetzt kein Scherz Den Flieger kriegen Und er hat mir gesagt Er muss jetzt einfach weg Es ist wirklich kein Scherz Das ist Nachricht Nummer eins Nachricht Nummer zwei ist Ich habe endlich jemanden gefunden Der mit mir einen Cuba Libre trinkt Und das ist Jens Münchow Danke So, jetzt haben wir die Flirtexpertin hier Ich habe es ja schon gesagt Wir können uns ein bisschen ausprobieren Ich würde Oder viele sagen Egal ob Beziehung Nicht Beziehung Eigentlich ist Flirten Ja was ganz Wichtiges Was Gutes fürs Selbstwertgefühl Und sollte man immer machen Wahrscheinlich gibst du mir recht, Nina Ja, uneingeschränkt Denn wenn du in einer Partnerschaft bist Und du nie flirtest Dann heißt das Du erwartest ja von deinem Partner Dass er dir beständig gutes Feedback dazu gibt Dass du noch attraktiv bist Und das ist ja doch manchmal ein bisschen viel verlangt Ein bisschen Und jetzt habe ich hier also zwei Geschosse stehen Jens Münchow, Jan Plefka Wie würdest du denn an Wie würdest du auf die zugehen Oder was würdest du mir raten Wie ich die ansprechen sollte Jens und dann Jan oder umgekehrt Jens, guck mal Jan stellt sich schon mal in Pose Also wir wissen ja Das Problem bei Jan ist Er weiß ja im entscheidenden Moment Immer nicht so ganz genau Was er dann sagen soll Dann schreibt er ein Gedicht Und dann singt er das hinterher Das heißt Bei Jan vielleicht immer Erstmal vorbeikommen Erstmal Blickkontakt aufnehmen Und dann später nochmal wiederkommen Damit er nochmal nachdenken kann darüber Jens im Gegenzug Der hat mit acht schon Flaschendrehen gespielt Ich meine Was willst du da falsch machen Das ist nur Also Jan Wenn du Jens anflirtest Jede Wette Der ist total offen Und der unterhält sich mit dir Aber der kapiert manchmal nicht Dass du ihn anflirtest Alles klar Jetzt will ich doch mal hören Jan ist das Oh ja dann fange mit Jens an Stimmt das Muss man so auf dich zugehen Ich bin dann meistens überfordert Ich bin auch ein Flirtexperte Aber im Scheitern Also ich habe eine ungarische Bekannte gehabt Und mit der habe ich mich immer auf Partys gelangweilt Und wir dachten wir müssen das jetzt mal selbst in die Hand nehmen Irgendwie passiert hier nichts Und wir haben uns überlegt Wir nehmen so One-Liners Und ich dachte dann immer Egal was die Frau sagt Die Antwort ist egal Irgendwie ich muss cool rüberkommen Und also habe ich mir irgendwie überlegt Ich stelle eine Frage Da kann sie Ja oder Nein antworten Wir können das ja mal durchspielen Beim ersten Mal sagst du Ja Und beim zweiten Mal Nein Ich stelle dir zweimal die gleiche Frage Du weißt warum ich hier bin? Ja Dann lass uns gehen Zweite Variante Jetzt Nein Du weißt warum ich hier bin? Nö Du lügst Ah Das ist Jens Münchner Ja Moment Ja ja Aber so In der Probe war das super Aber ähm Es ist natürlich nie so gekommen Es gibt trotzdem Laus Eine Frage habe ich noch beim Flaschendrehen mit 8 War das Stripflaschendrehen? Ja von den Älteren Aber nicht von mir Aber um die Geschichte aufzulösen Also ich bin dann zu Die Bekannte hat dann gesagt Du gehst da hinten hin Da stehen dann 5 Männer Eine Frau Stehen da so an der Ecke Und ich musste da hin Und dann habe ich diese Frage gestellt Und so Du weißt warum ich hier bin Und sie Ja klar du willst aufs Klo Aber du musst dich hinten anstellen Sehr schön Vielen Dank Jens Was hast du dann gesagt? Du lügst oder lass uns gehen? Ich stelle mich hin an Okay So dann jetzt die Frage an Jan Plevka Müsste ich an dir so ein bisschen cool vorbeigehen Und dir Zeit zum Nachdenken geben Und dann zurückkommen Und dir die Chance geben Mit mir zu flirten Wie flirte ich Jan Plevka an? Ja das klingt ganz gut Also wirklich jetzt ernsthaft nicht zu offensiv? Ja auch Also jeder Form von Flirt geht auf Ja klar Ich werde jetzt ganz verliehen Das macht überhaupt nichts Kann man sich darauf einigen Dass es aber schon von Vorteil ist Ich frage euch alle drei Dass man einfach freundlich ist und lächelt Kann man sich auf den Männer Den gemeinsam einigen? Oh nein Nein Schon auch cool Nicht zwangsläufig Also das ist ja total schade Dass Sky jetzt nicht da ist Der Flieger Ja der Flieger Der Flieger Aber ich glaube Also so Jan Auf Teufel komm raus Nett sein ist ja dann Also ich vergleiche das gerade bei Männern Immer gerne mit so einem Labrador Also so ein Hund Der so zu jedem nett ist Der eher den Einbrecher tot kuschelt Als ihn zu stellen Und wenn du dich so Menschen gegenüber verhältst Dann denken die ja auch so Oh total nett Aber die denken nicht zwangsläufig Dass sie gemeint sind Jan Ich glaube was hilft Wenn man so flirtet Und wirklich dann auch noch weiter will Dass man den Ausdruck hat Du könntest die Mutter meiner Kinder sein Okay Okay Wir werden alle nach diesen Blicken suchen Nach den Ausdrücken Das ist ein cooler Tipp Wenn du so Wenn du so als Frau auf einen Typen zugehst Ihn so anguckst Und dann denkst Du könntest die Mutter meiner Kinder sein Nein 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 Pure Angst Dann muss man Du könntest der Vater meiner Kinder sein Wenn du so einen Blick den Typen zuwirfst Ich glaube der Der verfällt dir Du darfst es nicht sagen Du darfst es nur denken Wir werden Aftershow party mäßig noch weiter darüber reden Denn ich habe zwei weitere Geschosse Auf der Bühne entdeckt Und die kann ich eventuell später backstage Auch nochmal fragen Auf der Bühne steht Nicht nur mein zauberhafter Kollege Sondern auch Jan Klose Jojojojo Und das hier ist sein Album Stereopticon Das ist die Europa Premiere hier Und das hier ist das Album Mit dem Jan Klose im Moment in den US Charts ist Und zwar irgendwo in den Top 10 bist du gerade Das ist Action Moves People United Erzähl uns darüber Das ist ein Compilation Album Mit verschiedenen Künstlern Inklusive Dan Aykroyd Und Jeff Downs Und Alan White from Yes Und Julian Lennon Und Kathy Sledge from Sister Sledge Zusammen mit UNESCO Mit der Organisation UNESCO Und wie fühlt sich das an In den Charts zu sein Ich meine die US Charts sind jetzt Ehrlich gesagt nicht so klein Gut Es war sehr aufregend Als wir herausgefunden haben Dass es auf Platz 8 eingestiegen ist Das war sehr Es war überraschend Ehrlich gesagt Hatten wir nicht erwartet Du bist Jan Unter anderem in Hamburg aufgewachsen Unter anderem Nur lauter Stationen hast du gehabt Ja aber du bist in New York gelandet Du bist für die Musik auch nach New York gegangen Warum? Als ich das erste Mal in New York Aus der U-Bahn Aus der Subway Raus kam Und nach oben schaute Dachte ich Ich muss hier leben Ich muss hier Irgendwann hinziehen Und vier Jahre später Bin ich dann hingezogen Und wohne jetzt seit 15 Jahren dort Das heißt es war eher Dass du dich in die Stadt verliebt hast Und nicht gleich gedacht hast Wenn ich es mit der Musik schaffe Dann eher in den Staaten Und in New York Das habe ich mir so ein bisschen ausgeredet Also ich wollte Oh ja Wir haben mehrere Mikros Ich wollte diesen Druck So auf mich selbst Nicht ausführen Und darum habe ich mir gesagt Ich ziehe hier hin Weil das eine geile Stadt ist Und das war die Entschuldigung Natürlich bin ich dann zu jeder Audition gegangen Die es gab Song to the Siren Hören wir jetzt Das ist ein Song aus dem Jahre 1967 Von Tim Buckley Warum hast du dir den ausgesucht? Tim Buckley Ich bin auf seine Musik Und die Musik seines Sohnes Schon davor gekommen Jeff Buckley Durch den Film Greetings from Tim Buckley In dem ich die Stimme von Tim Buckley bin Und singe Und habe mich dann in seine Musik verliebt Und mir dann ausgesucht Für mein nächstes Album Das letzte Album Mein letztes Soloalbum Mosaic Ein Tim Buckley Lied aufzunehmen Und das war das Und vor allen Dingen Wollen wir das jetzt unbedingt hören Jetzt kommt Jan Klose Mit Song to the Siren Und davor sagen Peter und ich Den muss ich knuddeln Noch tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss, danke schön Bis zum nächsten Mal Long afloat on I did all my best to smile Till your singing eyes And fingers Drew me loving To your eyes So you sang Sail to me Sail to me Let me unfold you Let me unfold you Let me unfold you Here I am Here I am Here I am Waiting to hold you Did I dream You dreamed about me You dreamed about me Were you here When I was fox Now my foolish boat Now my foolish boat Is leaning Broken love Lord On your rocks Still you say Touch me Touch me not Touch me not Come back tomorrow Oh my heart Oh my heart Oh my heart Shies from the sorrow I'm as puzzled As the newborn child And as a riddle As the tide Should I stand Under the breakers Or should I lie With death my bride I hear you I hear you sing Swim to me Swim to me Swim to me Swim to me Let me unfold you Cause here I am Here I am Waiting to hold you Waiting to hold you Thank you, Duncan. Thank you.